So, hello, hello, willkommen in der neuen Folge Zombies. Heute spielen wir mal Zombies auf dem Hypixel-Server hier. So, dann gehen wir gleich in die Runde. So, ein Zuschauer hat mir nämlich Zombies vorgeschlagen hier. Es gibt verschiedene Maps. Ich nehme mal die Map hier. So, das Game ist praktisch, es besteht aus, man hat praktisch Waffen, man kriegt Geld, wenn man praktisch solche Zombies tötet. Und mit Geld kann man immer weitergehen und immer mehr Tore hier öffnen. Das ist richtig cool. So, warte ich kurz, bis die Runde losgeht in 8 Sekunden. Genau, waren da noch Munition und so, also muss ich jetzt alles verfarmen hier. So, die Zombies kommen immer solche Dings hier. Genau, und ich habe auch so ein Knife und ein Pistol und sowas. So, ich glaube, es gibt auch ein Texture Pack für das Game hier, also für das Minispiel hier, aber irgendwie hat das Verpacken. Ich habe das Tings hier nicht, da ist das Dings hier, das Texture Pack. So, dann kommen hier wieder ein paar Zombies und jedes Mal kriege ich 50 Gold, wenn ich hier ein Zombie schütte. Dann bam, 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 so. Und genau, wenn man jetzt hier so neben den Dings duckt, dann repairt sich das nämlich, man kriegt auch übelst viel Gold hier. So, und links kann man nämlich reloaden hier die Waffe. Es kommen immer stärkere Zombies auch, sieht man hier rechts, äh, mit der Runde hier. Oh, Insta-Kill, okay, Insta-Kill, es gibt auch solche, solche, wie nennt man, solche, solche Ultis oder sowas. So, und ich habe hier noch ein paar, oh, hier kommt schon ein besserer Zombie, okay, Slime. Okay, dann instant hier wieder repairen. Da vorne kommt ein Zombie schon durch. Oh, oh, nicht, dass er stirbt da vorne. Okay, nice, 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 nice. Es ist praktisch auch so ein Teamspiel, ich meine, wenn mein Team jetzt so gut sind, da ist gerade irgendwie AFK, aber egal. Schaffen wir schon, ist hier irgendwas in den Chest? Nee, okay, kann ich in den Chest hier schauen. Was kostet das hier? 500 Gold kostet das. Okay, Leute, hier ist schon so ein Slime. Und, okay, okay. Okay, da kommen wir hinten schon, okay, Max Ammo, hat gerade einer freigeschaltet. Das sind praktisch solche Perks. So, bam, 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 ist jetzt der tot. Repair ich das kurz, okay. So, und da kommt schon wieder ein durch, weil der hier das nicht repaired hat. Alright, das Spiel ist eigentlich relativ cool, finde ich. Repair ich das kurz hier, so. Dann kommen hier relativ wieder Zombies. Genau, es gibt so eine riesen Villa. Es gibt auch drei verschiedene Maps. Der, oh, ich werde gerade angegriffen. Ich kill kurz hier mit dem Schwert. Okay, es gibt schon jetzt so eine Hexe. Okay, okay. Egal, ich repair mal wieder das Fenster hier. Und da kommt auch so ein Zombie durch. Wie ihr seht, werden die Zombies immer, ähm, stärker. Ich habe hier gerade am meisten, gell, sieben rechts nämlich. Als Gold, dann lieber meinen Namen rechts. Okay, da vorne hat wieder keiner das Fenster repaired. Okay, Runde 5 schon. Ich habe mal offline ganz, ganz früher, weil ich habe früher mal Minecraft Hypixel gespielt. Und, äh, das by the way auch am Hypixel-Server hier. Und, ich spiele mal früher bis Level 30. Oh, ein Hund, ein Hund, ein Hund, ein Hund. Okay, insta-kill, das ist cool. Ist jedes Tier hier One-Hit. Jeder Gegner. Und, ähm, genau. Und ich habe das mal bis zu Level, äh, bis zu Runde 30 geschafft. Und das ist dann echt, da ist es einfach fast schon unmöglich. Da kann man sich hier horden. So, dann, so. Und repairen die wieder. So, dann muss ich auch aufpassen. Der Vorhine kommt schon wieder einer. Dann haben wir jetzt schon fast Eisendrüstung. Und hier kommt so Babyhund. Oh, oh. Bam. Bam, 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 bam. Oh, oh, der ist tot. Nach der Runde wird nämlich, äh, Dings, ähm, wiederbelebt. Bam, 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 bam. Der ist gleich tot. Aber der ist auch so ein Megazombie schon. Und alle 10 Runden kommen solche, ähm, solche, ähm, solche Boss-Zombies. Bosse. Oh, und der hat das geöffnet. Okay. Okay, man kann nämlich mit Gold hier alles öffnen. Man kann sich bessere Waffen kaufen hier. Okay, da, das kostet 100.000 Gold hier, die Great Hall. Aber das wird wahrscheinlich safe irgendwas Gutes sein. So, bam, bam, bam. So, dann repair ich das mal. Lass ich das von draußen gleich wieder Zombies kommen. Oh, hier kommt schon wieder Zombies. Da ist auch schon wieder. Die werden immer heftiger hier. So, hier habe ich die Hexe auch getötet. Hier, bam, bam, so. Maxi, 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 okay. Nice. Jetzt hier so, bam, bam, bam. Lass repären kurz. So, oh, oh, ich bin vergiftet. Das ist nicht gut. Aber ich habe Resistance. Das ist cool. Oh, wir müssen helfen den Typen hier. Oh, von draußen kommen die Zombies. Das ist das Ding hier gerade. Und ich schreibe kurz Open Library. Ups. Library. Weil da ist nämlich nach der OP-Loot drinnen. Man kann praktisch, wenn man da weitergeht, kann man unten weitergehen. Man trifft sich praktisch hier. Letztendlich. Kann auch hier unten weitergehen. Ich repair mal. Ich meine, es war der letzte Zombie hier gerade. Ich muss hier immer repären. Okay, da war gerade. Fakt, warum wir das öffnen sollen. Oh, und hier kommt wieder übelst viele Zombies. Oh, da ist direkt so ein Slime-Zumminus nicht gut. Oh, oh. Alrighty. Oh, hier kommt auch schon eine Hexe. Ich bekomme richtig viel Geld gerade. Ich habe am meisten Geld gerade von uns allen. Und ein paar haben auch sowas geöffnet. So. Vorne kommt schon wieder ein Zombie. Und davon auch. Überall jetzt. Oh, oh. Jetzt kommt immer mehr. Oh, ich muss re-hauten. Bam, 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 bam. Ich glaube, die Hexe auch schon wieder. So. Ah, ich bin schon wieder vergiftet. Das ist nicht gut. Oh, oh. Kommen hier noch Zombies? Aber ich glaube, genau. Ein Zombie lebt noch. Okay. So, jetzt ist schon Runde 8. Geh ich um den Boss eigentlich? Alright. So, dann vielleicht das hier noch schnell. Bam, bam, bam. So, 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 so. So. Der Vorderkommt auch schon wieder ein Zombie. Oh, oh. So, bam, bam, bam. Kommt schon wieder Zombie Pigments laul, okay? Böse als Zombie Pigments. Oh, oh. Okay, Instacult ist cool. One-Hits. Oh, Instacult ist dann kriegt man One-Hits cool. So ein Random-Item, was im Boden spawnt hier. Oh, oh. Jetzt hier kein Instacult mehr, leider. So, reloaden kurz und so. Bam, bam, bam. Oh, oh. Das ist böse, die Zombies hier. So, dann öffne ich hier mal Library. Oder ist unten schon offen? Ist hier unten offen, oder? Warte, wir können sich Leder... Ja, ich kaufe mal Lederhelm hier. Das heißt, ich habe jetzt Lederhelm und so ein Ding. Okay, das ist cool. Sag ich immer, okay, die Katakomben sind auch nicht. Ich öffne mal Library jetzt. Oh, oh. So, weil Library ist nämlich übelst OP und hier kommen dann schon sehr viele Zombies. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin tot. Nein, 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 nein. Oh, oh. Ich hoffe, die schaffen es hier. Oh, oh. Oh, der andere ist auch down. Okay, einer lebt noch. Da muss einer hochholen. Please, please, please. Oh, oh. Ich sterbe gleich, aber egal. Oh, okay. Ich bin verloren. Ja, gut. Das kommt auch auf die Teammates hier an. Und ja, dann spielen wir gleich noch eine Runde. So, wir sind jetzt in einer neuen Runde auf einer anderen Map. Neue Runde, nur das Glück. So, hier sind die Top 10 Spieler. Also Top 10 Spieler, okay. Ich bin noch 12.000. Ne, 127.000 ist da. Okay. Also Total Rounds. Also insgesamt die Runden. Überlebt habe ich 62. Der da oben aber noch 19.252. Okay, dann startet gleich die Runde. Die siehst du, Dummy. So, das ist jetzt eine andere Map. Es gibt noch eine dritte Map. Aber heute spielen wir nur die zwei Maps jetzt. Alright. So. Hier kann man das öffnen. Da drinnen ist, glaube ich, so eine OP-Chest. Und hier, das kann man öffnen. Ich glaube, das ist ein Büro oder sowas. Da ist gerade so ein Kopf da vorne gewesen. Okay. Dann kämpfe ich hier mal so. Die Hoffnung ist gleich, genau, da vorne. Seht ihr die Lucky-Chest hier da vorne? Die kostet 1.000 Gold. Man kriegt, man kann eine übelste OP-Waffe kriegen. Wenn man die OP-Waffe kriegt, dann ist das einfach übelste OP nachher. Dann machst du fast 1 Hit einfach auf Zombies. Alright. Dann habe ich hier, dass gleich die Runde 1 vorbei ist. Und hier ist noch Zombie. Bam, 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 bam. Alright. Jetzt haben wir hier den Zombie mal killt. So, wir sind schon in Runde 2. Noch haben wir noch keinen Boss besiegt hier. Und wie heißt der? Lorelieb O-Pizza. Oh, oh. Wem kommt schon wieder Zombie? Oh, und die haben jetzt auch schon ein Chestplate. Eine Postplatte. Und die Instakillis. Und Max Amor. Okay, lol. Okay, nice. Bam, bam. Die Runde 3 ist schon. Das ist gar nicht so schlecht. Ich habe am meisten Geld, wie ihr rechts seht. Ne, ich habe am zweitmeisten Geld sogar. Egal. So, was ist das eigentlich? Ich packe das Papier. So, die haben hier schon eine Axt. So ein bisschen besser. Oh, Double Gold. Habe ich gerade bekommen. Das ist etwa doppeltes Gold. Und hier kommt wieder Zombies. Oh, bam, 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 bam. Ich kriege richtig viel Gold gerade. Alright. Ich habe 580 Gold. Das kostet das hier 750. Öfters mal nicht, weil... Da sind bessere Zombies drinnen. Und genau, da vorne ist die Lucky Chest hier. Oh, da kommen schon wieder Zombies. Bam, bam, bam. Okay, Runde 4. Gar nicht so schlecht jetzt für die Zeit. Ich habe am meisten Geld so. Alright. So, dann warte ich hier kurz, bis du in die nächste Runde kommst. Okay. Lol, hier kommen schon sicher. Oh, hier kommen schon Wölfe. Okay, ich habe es aufgehalten hier. Aber ich finde, das Spiel muss eigentlich richtig geil. Wenn ihr mehr von dem sehen wollt, lasst unbedingt ein Like da. Und schreibt, dass ihr mehr von dem sehen wollt in die Kommentare. Der Web ist auch richtig gut gebaut. Ich habe, Highpixel ist auch einer der beliebtesten Server gerade. Und hier ist einfach so ein Zombie. Und da vorne war auch noch so ein Steve im Müllehammer. Oh, und Wölfe. Okay. Runde 5 ist auch schon jetzt. So, ich habe am meisten Gold. Ich könnte aufmachen, aber ich mache mal nicht auf. Ich schaue jetzt irgendwie die anderen das aufmachen. Ich sage, open Hotel first, please. Okay. Wir kommen schon Zombies. Böse Zombies. Das heißt, die das Hotel zuerst öffnen, nämlich. Der hat das Hotel geöffnet. Das ist gut. Oh, und ich mache noch kurz hier die Zombies. Bam, 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 bam. Und ich prepare das noch kurz. Okay. Gehe ich jetzt schnell hier rein und kaufe mir zu Lucky Chests. Und hier kommt schon, hier ist der erste Boss. Okay. Okay, nee. Das war doch kein Boss. Aber ich kaufe mir hier schnell. Es wäre jetzt, jetzt wäre jetzt meine Chests wie so ein Lotso Chests. So, okay. Flamethrower, okay. Was habe ich bekommen? Zombie Soker. Gold Digger. Okay, was kriege ich? Elder Gun. Okay, ist Elder Gun gut? Oh. Elder Gun ist richtig OP. LOL. Ich habe so eine legendäre Waffe, glaube ich. Ich glaube, auch Tipps gehen, wenn ihr euch auskennt mit dem Modus. Und ich habe noch 60 Schuss. Die XP-Leiste, aber wie sind die, ähm, also wie viel Munition ich hier noch habe? Das ist richtig OP, die Elder Gun. Was macht die? Shoot a long beam that can be in, okay. Das heißt, ähm, es ist so eine Sniper, mehr oder weniger. Das ist cool. Ich habe jetzt zwar wenig Dings, nur mehr, aber... Okay, Rifle kann ich mir nehmen, okay. Rifle ist, ja gut, eine AR praktisch, aber... Ich weiß nicht, ob sie das was bringt jetzt. Ich könnte es mal statt der Pistel kaufen, weil dafür brauche ich noch ein bisschen was. Viel Geld. Alrighty. So, Lucky Chests. Könnte ich mir... Ich könnte mir eigentlich noch einer holen. Noch mal ein Toolshot hier auf die Dings. Auf die Zombies. Viel Geld drauf. Oh, hier ist ein Dings. Ich kaufe mir Instance. Ähm, Leather, ähm, Rüstung hier. Ich hoffe, der andere Dings stirbt nicht. Was ist das? Frozen Bullets. LOL. Einführende, ähm, Kugeln hier. Könnte ich mir kaufen für die Waffe. Aber das braucht halt, äh, braucht halt, äh, Power hier. Äh, Energie. Aber wo kriegt man Energie hier? Wahrscheinlich im anderen Raum hier. Okay, ich habe jetzt das, äh, Fenster hier wieder, äh, Repaired. So, kann man hier irgendwo weiter? Kann man hier irgendwo weiter? Hier ist... Okay, Flame Bullets, okay. Kann man hier irgendwo weiter? Wo geht es da? Wo geht es da? Garden? Wo geht es da? 57 Gold. Okay, wo geht es da sein? Oh, da kommen schon Instant Zombies. Und da vorne war, glaube ich, so ein Power-Dings. Glaub ich. Und die ist da vorne, ist ein Power. Teil, ja, da vorne ist ein Power-Teil. Tatsache. Ich habe nur so viel Money. Oh, da ist so ein OP-Zombie. Das ist nicht gut. Dann sneke ich hier wieder kurz, dass das Fenster hier repaired wird. Und reloaden. Mit links geht immer. Nicht vergessen. So, bam, bam, bam. So. Ähm, kann man hier irgendwie weitergehen? Hier ist wieder offen. Das ist nicht gut. Zombie-Kills. Ich habe schon 24 Kills. In 5 Minuten überleben wir schon. Oh, da kommt wieder so ein Zombie-Pigman. Oh, ich mache aber Two-Shots. Vorher habe ich 5 oder 6 Shots brauche, bis der Down-Gang hin ist. Oh, und hier kommt schon wieder OP-Zombies. Oh, hier ist schon ein OP-Zombie. Okay, ich gehe wieder hoch, weil oben ist wieder offen irgendwie. Dann kriege ich Geld hier wieder. Oh, ne, hier ist gar nicht offen. Hier. Apartments. 750 Gold. Ich öffne es mal, weil ich denke, dass es gut ist. Das ist hier. Sniper. Okay, Sniper. Glaube ich brauche ich nicht. Ich habe den wieder gekillt. Und ich habe Max Amor wieder aktiviert hier gerade. Das ist gut. Power Station. Das ist 1000. Okay. Was ist das? Quickfire requires Power. Okay. Brauche ich wieder Strom. Aber wo kriegt man Strom her, frage ich mich. Okay, das haben wir schon gehabt. Ne, Iron Legging ist okay. Das ist 700 und ich kriege eine Eisenhose und eine Eisenstiefel. So, da vorne sind wieder relativ viel Zombies. Eine Horde schon fast. So. Jetzt müssen wir reloaden. So. Und hier ist nämlich offen. Und da kommt wieder einer. So, wenigstens spielen wir hier gerade im Team. Da vorne kriegt man gleich Eisenhose und einen Eisenstiefel. So, wo sind sie denn? Da vorne sind, glaube ich, unten noch Zombies, oder? Die kommen ja definitiv. Ja, die kommen noch Zombies. Ich mache einfach Two-Shot. Und da kommen Hunde auch schon. Das ist nicht gut. Alrighty. So. Und da draußen. Oh, er hat einen Garten geöffnet. Okay. Den, wo ich zuerst gesagt habe, dass da vorne irgendwie ein Garten ist. Aber wo war denn der Garten hier? Der war unten, gell? Doch, der war unten. Ich gehe mal runter und schaue mal, wo der Garten ist. Was sich das bringt. Hier ist, oder? Oh, hier kommen Wölfe. Ich mache, ich tue jetzt hier. Bam. So. Hier kommt auch ein Wolf. Und hier kommen mehrere Wölfe. So. Oh, oh. Was ist hier im Garten? Nicht viel, glaube ich, los. Und hier kommt ein Wolf. Okay. Ich mache A2-Hit. Also, nachdem. Ja gut. Jetzt mache ich drei Hits, bis der Zombie hier down ist. Ultimate Machine. Äh. Requires Power. Was? Wo kriegt man Power? Ich glaube, er hat Power Station oben. Aber es kostet 1000 Gold. Bam. So, bam, bam. Ist er tot? Double Gold. Okay. Hat er eine gerade aktiviert. Ich habe schon wieder 1000. Ich könnte öffnen, aber. Ich glaube, da oben sind nachher die übelst okay in Zombies. Deswegen bringt es sich nicht hier. So, dann gehe ich hier mal hoch. In der Hoffnung. Oh, geht es nicht hoch? Hier geht es hoch, gell? Ja, hier geht es hoch. Ich könnte mir den Rifle kaufen. Soll ich mir den Rifle, oder? Ich kaufe sie mir. Oh. Okay, ich habe sie mir statt der Pistol ersetzt. Hier, jetzt habe ich eine Rifle und eine Elder Gun. So. Okay, die macht richtig viel Damage. Fallt mir gerade auf. So, bam, 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 bam. So, und ich schieße es richtig schnell. Dafür gehen die Bullets richtig schnell weg. So, und ich wollte mir eigentlich jetzt noch um 700 irgendwas, die Dings kaufen. Die, ähm, Leder, also die Eisenrüstung hier. Die, äh, halbe Eisenrüstung. Die Eisen-Legends nämlich und die Eisen-Boot. Der Eisen-Dings. Okay, Bombies Wand. Okay, das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Ich komme ganz, ganz schnell. Hier die Eisen-Dings. Oh. Hier ist so ein Dings-Zombie. Ich hole mal ganz schnell die Eisenrüstung hier. So, Eisenrüstung, Eisenrüstung. Eisenrüstung, wo bist du? Da vorne ist Eisenrüstung. Okay. Was steht hier? Okay. Oh, was komisch ist. Okay, hier kann ich mich holen. So, jetzt bin ich eigentlich schon, ähm, relativ gut equipped hier mit einer Rifle. Okay, kann ich hier rausschießen? Nee. Oh. Oh, die haben den Boss schon killed. Okay. Alles klar, schnell. Wie ist das Sniper? Ich glaube, uns das hier sind Sniper braucht irgendwie in dem Game. So, jetzt schnell repairen. Bevor wieder eine neue Zombie-Wave kommt. So. Alrighty, so. Ähm, dann gehen wir jetzt vorne hin. Okay, repairen das wieder. Und, ja. So, dann mach ich so. Bam. Oh, und hier ist wieder so ein Zombie-Klick. Das war der letzte Zombie. So, ich hab mir im, wir haben 10 Runden in 9 Minuten, ähm, absolviert. Was ich gar nicht so schlecht. So. So, bam, bam. So, ich würde mal sagen, dass das jetzt mal fürs Erste war hier, ähm, dass ich gleich eine zweite Folge draus mach, weil ich glaub, das braucht nämlich übelst noch mehr. Also, so, warte, dann steh ich mich. Oh, ich muss noch schnell killen hier, muss mich safe stellen. So, sag ich mal, das war's für die Folge, ähm, von Zombies. Die Vorderkommt wieder zusammen, ich kühne ihn doch schnell. So, mach ich, glaub ich, eine zweite Folge in mich. Weil die Runde geht nämlich noch weiter. Und wenn ihr eine zweite Folge sehen wollt, lasst einen Like, einen Abo da. Und, ciao. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.